Hey, schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bereite gerade eine Überraschung für XI vor. Deshalb mache auch ich ausnahmsweise mal das Bett. Was haltet ihr eigentlich von dieser Bettwäsche? Nein? Okay. Und die? Nein? Okay. Egal. Das Wichtigste ist das Boxspringbett. Das ist sowas von super bequem. Das liegt am gefederten Untergestell, der Federkernmatratze und dem Topper. Auch XI schläft jetzt viel bequemer. Eine Massage bekommt sie aber trotzdem noch. Wenn man bedenkt, dass man ein Drittel seines Lebens im Bett verbringt, ist guter Schlaf schon wichtig. Ich habe wirklich kein Talent dafür. Aber das Allerwichtigste an einem Boxspringbett ist, es hat keinen Spalt in der Mitte. Also ideal zum Kuscheln. Träumt ihr nicht auch schon von so einem bequemen Bett? Mehr erfahrt ihr hier.